Und? Was wirst du mit deinem Teil des Goldes tun, das wir Gouverneur Torres nehmen? Zurück nach Afrika? Ein Prinz und der Gemeinden? Ich kann nicht an einen Ort zurück, an dem ich nie war. Ich wuchs in Trinidad auf. Ein Sklave vom ersten Atemzug. Ah. Doch würdest du dich, keine Ahnung, nicht heimischer fühlen? So wie du heimischer bist in Paris? Guter Punkt. Gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die Mörser steuere. Ich weiß auch noch, ein Schiff oder was? Wir müssen diese Türme treffen. Du wirst uns versenken, Canway. Ach, scheiße. Roten getroffen. Okay. Das ist doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Alter Sicherheitsabstand und schieße mit dem Mörser. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich mit dem Mörser schieße, Mann. Breitseite. Kommt nachsagen nach Namen. Breitseite. Bereit zu schießen, Käpt'n? Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Schieße! Ach, so scheiße. Wir sind jetzt schon ziemlich im Arsch, habe ich gesehen. Gegner, feuert! Auf die Türme zählen, Käpt'n! Ja, warte mal. Ich will erst mal das Schiff da loswerden, was da... Vorsicht, Käpt'n! Lass' ihr uns nicht rahmen, Käpt'n! Auch die Türme, Käpt'n! Feuer! Lass' ihr nicht genug Platz, um uns zu... Feuer! Feuer! So, ich weiß eher, ich weiß halt leider nicht. Ach du Scheiße. Feuer! Hilf sie trotzdem! Das wird sie versinken! Feuer! Die Welle gibt uns Schutz zum Nachladen. Alle außer Großmärkten! Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Holy moly shit, okay. Da, da, hier hat man halt gut zu gehen. Mit Mielen könntest du verhindern, dass... Feuer! 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 Verwachen, Befehle! Das ist schon mal gut. Was, was war das denn für eine Monsterwelle? Gegner feuert! Ich bin schon total im Arsch. Feuer! Nicht gut genug! Sind bereit, Sir! Feuer! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Lasst uns die Türme ausschalten! Hopp! Ja, Mann. Das war das Ende. Ich meine, Ende ist auch schon da. Ihre Salve hat uns getroffen, Sir! Alles also in Betrieb, Sir! Ich weiß nicht, wie ich die Mörser benutze. Fuck. Feuer! Es ist die Mörze! Es wird sie versenkt! Feuer! Man halt nicht mehr mehr aus, Captain. Ihr solltet uns schützen, wenn man auf uns feuert. Das ist ein guter Einwand. Schützen, wenn man auf einem gefeuert wird, ist immer eine ganz tolle Idee. Ich muss ja immer ganz nah vorbeiziehen, damit ich treffe, weil ich nicht weiß, wie ich die Mörser benutze. Auf die Türme zählen, Captain! Ja, auf die Türme zählen. Was meinst, was ich jetzt mache gleich? Mit dieser Breitseite! Feuer! Schießt nach hinten! Surft! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! 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 So, den ersten haben wir auch ohne Mörser bekommen, hä? Und glaube, ich muss mich nach dem Video mal erkunden, wie ich die Mörser benutze. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, dass ich nicht weiß, wie ich die Mörser benutze. Oh, fuck, ist das krass. Oh, fuck, ist das krass. Feuer! Oh, fuck, ich muss abhauen. Oh, fuck, ich muss mich mal kurz ein bisschen erholen. Die Wellen, der Wellengang ist nicht grad zu meinen Gunsten. Fuck. Feuer! 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 Oh fuck. Oh fuck. Schon wieder so gut wie tot. Schon wieder. Einmal erstmal wiederholen. Oh Gott. Leute, wir sind jetzt schon zweimal so gut wie zerstört worden. Ja, ein Treffer würde ich sagen, wenn wir sind im Arsch. Jetzt ist unsere Chance, da brennt schon alles. Wenn ich meine Mörser würde ich jetzt schon im Arsch. Wenn ich meine Mörser wäre jetzt schon im Arsch. Ich verspreche es euch. Fuck. Komm schon. Tag.